Ich weiß nicht, was passiert ist. Schon etwas Cringe, Brudy. Schwänzchen. Puschel-Einheiten. Leute, schaffen wir das? Ne. Let's go! Nein! Oh, sehr. Genau. Yo, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Redmc. Schön, dass ihr mal wieder am Start seid. Und heute gibt es ein ultra spezielles Video. Und zwar spielen wir heute zum ersten Mal Bowser's Fury. Ihr habt richtig gehört. Ich hab dieses Spiel noch nie gespielt. Okay, und wir scheinen hier auch eine ganz andere Storyline zu haben. Und zwar ist Mario in irgend so einem schwarzen Ding jetzt versohnen können. Und zwar sind wir jetzt durch die Schlampfütze in einem ganz anderen Ort gelandet. Und unser Kopf war einfach im Boden versunken. Und ich hab zu diesem Spiel noch nie irgendwie ansatzweise irgendwas gesehen. Naja, vielleicht ein paar Sekunden so ungewollt. Und wir sind jetzt hier im Spiel geschehen. Und ja, ich dachte mir einfach mal zuletzt, ich hab richtig Bock auf dieses Spiel. Ich hab richtig Bock auf Mario 3D-Bolt mal wieder. Das bin ich gerade privat auf der Switch hier am Spielen. Aber Bowser's Fury hab ich noch nie angespielt. Und hier sind wir. Ich glaub, ich spiel jetzt die ersten 30 Minuten oder die erste Stunde. Und teile mit euch die Erlebnisse. Okay, hier kann man jetzt nicht gerade viel machen. Auf jeden Fall sind wir hier in so einer Open World. Und wir bewegen uns weiter vorne. Können wir einen Long Jump machen. Bestimmt. Oh mein Gott, Bowser's ist ja jetzt schon hier. Und es geht ja irgendwie darum, dass Bowser jetzt hier irgendwie richtig escalated in Bowser's Fury. Und ich kann auch nicht sagen, wie lange jetzt überhaupt Bowser's Fury geht. Ich hab halt immer gedacht, okay, das ist so ein ganz kurzer DLC. Also ein DLC, der jetzt nicht so lang geht. Und es hat mich entsprechend auch nie angesprochen, dass ich dieses Spiel kaufe, weil ich halt eben 3D-Bolt schon... Sag mal, schaffen wir den Sprung hier? Oh mein Gott, jetzt ist ja alles kaputt gemacht hier. Und ich hab halt 3D-Bolt auf der Wii U schon gehabt. Das ist ein Insignier. Das ist nämlich eine Art Insignier. Ein Katzen-Insignier. Lass den Leuchtturm strahlen. Ich hab's nie eingesehen, mir das zu holen. Weil das einfach für mich zu wenig war. Also wir sind jetzt im Spielgeschehen. Wir haben jetzt hier eine World bekommen. Wir haben eine Insignier. Und das lässt sich halt... Ist halt vom Gefühl her ganz anders als Mario 3D-Bolt. Ich hab auch gemerkt, Mario 3D-Bolt, wenn man das jetzt hier auf der Switch spielt. Man läuft einfach viel, viel schneller im Vergleich zu Wii U. Ist euch das auch mal aufgefallen, wenn ihr dieses Spiel habt? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und hier in 3D-Bolt, Bowser's Fury Manage natürlich, fühlt sich das auf jeden Fall deutlich normaler an. Alter, wir haben hier eine richtige Open World. Alter, wie krass ist das denn bitte? Ich bin erst mal voll überfordert. Was ich jetzt schon sagen kann, ich finde die Kameraführung hier sehr, sehr angenehm. Also sehr, sehr smooth. Und alles sehr schön flüssig läuft's hier. Und das sei auch mal angemerkt hier. Und das Spielerleben ist einfach echt wie... Es ist echt wie ein neues 3D-Mario fast schon. Gehen wir mal hier diese Glasröhre rein. Aber halt irgendwie mit Grafiks hier, die man schon so ein bisschen kennt. Oder auch mit Steuerelementen, die man halt so ein bisschen kennt. Oh, und hier war ein Item versteckt. Oh, haben wir jetzt hier unten bekommen. Seht ihr jetzt gerade nicht? Vielleicht hier jetzt? Ja, so ein bisschen. Hinter mir haben wir jetzt hier einen Pizze. Bekommen, weil ich dachte ja nicht, dass unten links da irgendwas angezeigt wird im Spiel. Okay, jetzt sind wir mal runtergesprungen. Musik ist auch sehr, sehr chilly. Und wir folgen mal hier der Welt. So, unsere sehr schöne Lachen, wie man die 3D-World kennt. Ey, für einen, der 3D-World echt... Der echten 3D-World-Fan ist, ist das hier gerade echt super nice. Kleiner Funfact. Ich nehme das Video hier auch gerade am 4. Juli auf. Baut the Juniors hier. Oh mein Gott, was hat das zu sagen? Und zwar um 14 Uhr. Ist für mich quasi... Bin vorhin wach geworden, hab mir einen Kaffee reingezündet und direkt rein hier. Damit ich hier noch ordentlich Power hab. Okay, ein Bowser-Porträt, das er jetzt ummalt in den sicken Bowser. Und da macht sich so... Macht sich Bowser Jr. Sorgen über seinen Vater? Papa ist völlig außer Kontrolle. Ich weiß nicht, was passiert ist. Schon etwas cringe, Brody. Mach hier erst mal mit so einem Blick, Alter. Wie kam es eigentlich dazu, dass ich dieses Spiel nie gespielt habe? Ich habe es einfach nie eingesehen. Ich war zu geizig, nochmal 60 Euro hinzubrettern. Jetzt habe ich es auf Ebay für 32 bekommen können. Ne, auf den sparsamen Hasen angelegt. Ich meine, das Spiel ist ja auch schon drei Jährchen draußen. Ey, und das fühlt sich richtig nice an. Hier haben wir andere Katzen-Gumbas. Die sind so ein bisschen dunkler. Ihr kennt ja bestimmt noch die normalen Katzen-Gumbas aus Mario 3D World. Hier sind die so ein bisschen dunkler. Oh, wir sind gerade um Bowser Jr. gesprungen. Ey, sehr, sehr nice Gefühl. Ey, die Musik ist nice. Ich glaube die ganze Zeit, dass ich eine Katzen-Glocke da kriege. Wir können natürlich hier beim Bäumen klettern. Ey, das ist ein sehr, sehr nice Gefühl. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich dieses Video hier gestalte. Ich versuche auf jeden Fall relativ zügig voranzukommen. Samt Pfotenküste. Lasst den Leuchtturm strahlen. Oh, okay. Wir haben jetzt hier eine Mission. Ich hoffe, ich werde hier relativ wenig zuschneiden, um euch hier meine Momente mit dem Spiel vorzuführen, sage ich mal. Okay, da brauchen wir irgendwo fünf. Ah, guck mal, da ist so eine riesen Katzen-Glocke. Fünf Insignien brauchen wir dafür. Oh, das sind Katzenfische. Haben wir die schon mal so gesehen? Katzen-Cheep-Cheeps. Da oben sehen wir den guten Bowser. Wir müssen jetzt hier noch einige Missionen machen, bis wir dann den irgendwie erwecken können. Klipp-Klapp-Kippen bezwingen die Katzen-Bullis. Ach du Scheiße, das ist ja wirklich alles in Katzen gewandelt. Ist quasi irgendwie so ein besseres 3D-World. Irgendwie nochmal so ein bisschen angepasst. Okay, hier sind hier so Plattformen, die man so kennt. Boah, ich mag diese Plattform. Können wir hier schöne Jumps machen? Oh mein Gott, kriegst du irgendwie mal hin? Dann machen wir mal hier so einen etwas höheren Jump. Ja, ich bin da hochgekommen. Und hier haben wir, glaube ich, eine Mission. Wir müssen, glaube ich, alle Katzen-Bullis runterstoßen. Kann das sein? Können wir hier so ein bisschen Rollen machen? Ja, wir können hier so ein bisschen rollen. Komm, Bowser Jr., hilf uns. Komm, fall runter, Bruder. Sehr nice. Nummer 1 haben wir geschafft. Nummer 2 ist auch direkt runtergefallen. Bowser Jr. hat dir super geholfen. Deswegen mal mit Bowser Jr. zusammenarbeiten. Alter, okay, Nummer 3. Hauptsache nicht springen hier. Junge, fall doch mal runter hier. So, schön runtergekriegt. Oh, du auch. Alter, Junge, wir sind die richtigen Profis hier. Holy shit. Das haben wir richtig gut geschafft hier. Ey, das Spiel bockt ja unfassbar. Ich hoffe, das kommt auch so rüber, dass ich richtig Bock habe, dieses Spiel zu spielen. Es ist jetzt hier mein erster Eindruck, wie ihr hier seht. Also, ich spiele zum ersten Mal, wie ihr auch im Titel seht. Wenn ich mehr davon machen soll, lasst dir immer einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um hier nichts zu verpassen. Ich hoffe, das könnte sehr vielversprechend werden. Ich weiß wohl nicht, wie lange das dauert hier. Ich weiß nicht, wie groß dieser DLC hier ist. Kann ich gar nicht sagen. Ja, das fühlt sich echt krass. Das fühlt sich auch ein bisschen überfordert, weil wir hier so eine richtige Open World haben. Ah, guck mal. Ich wusste es doch. Da hinten muss ein Secret sein. Okay, das war irgendwie Nummer 2 von 5. Gehen wir mal einfach mal hoch. Was haben wir hier oben? Gescheinbar spielen diese Leuchttürme hier echt eine große Rolle. Oh, guck mal, hier kriegen wir ständig Items. Ey, ich will die Folge haben. Oh, hier sind wir noch eine Katze-Insignie. Nice, schöne Rolle gemacht hier. Guck mal, der akrobatische Mario am Start. Ey, ich bin echt überfordert, wie diese Open World. Oh mein Gott, hier sind Katzen-Babys, oder was? Oh mein Gott, wo soll ich die hinbringen? Das ist auch eine Mission. Also, wir haben jetzt 2 von 5 Katzen. Oh nein. 2 von 5 Katzen. Halt es fest. Äh, wo müssen wir die... Oh mein Gott, da ist ja noch so ein Insigni. Wo müssen wir die hinführen? Äh, irgendwas passiert jetzt auf einmal. Bro. Oh mein Gott, ist das irgendwie so eine Phase in Zelda? Dieses mit dem Blutmond? Oh mein Gott, die Katzen sind aggressiv. Nein, warum sind die Katzen aggressiv? Und Bowser ist hier richtig am Escaladen, Alter. Wir suchen hier... Oh mein Gott, ich muss jetzt hier flüchten. Schnell mal ein Item. Ja, hier, Feuerblume. Gibt her. Oh mein Gott, Alter, was geht denn hier ab? Wie habe ich denn das jetzt aktiviert bekommen? Das ist ja unfassbar. Oh mein Gott, hier ist jetzt irgendwas. Na, ein paar Münzen? Aha, aha, aha. Ah, guck mal, jetzt sehen wir auch... Okay, ja, nice. Jetzt haben wir hier den unendlichen Münzblock. Was denn damit jetzt? Die leuchten jetzt auch irgendwie auf. Okay, muss man auch nicht checken. Digga, hier geht ja voll. Die Action ab, holy man. Was haben wir hier? Nein, Junge, ich bin da einfach nur gegen. Ja, komm, noch eine Folgeblume nehmen wir gerne mit. Das geht mit Pause ab. Ich will auch irgendwie mal gerne rausfinden. Digga, wie lange habe ich diesen Block eigentlich überhaupt? Was es hier so gibt? Geht diese Phase eigentlich rum oder muss ich denn jetzt irgendwie bezwingen? Oh, guck mal, hier sind noch eine weitere. Digga, während hier alles eskaliert, will ich hier einfach Missionen machen. Das war Nummer drei. Da sind wir nochmal eine große. Jetzt verschwindet der, glaube ich, oder? Ich glaube, der hat einfach so ein paar Agro-Phasen. Kann das sein? Genau. Jetzt ist wieder alles normal. Digga, das ist ja hier schnell eskaliert. Ah, guck mal, hier sehen wir noch eine... Hat sich die vorne eigentlich eingesammelt, oder was? Noch einmal springen. Easy, wo ist denn hier die letzte? Wir haben noch eine. Oh, hier ist ein kleiner Block. Oh mein Gott, wir haben einen Superstern. Wir hätten hier auch einfach alle so killen können. Ah, guck mal, hier ist es schon. Easy. Da sollten wir jetzt hier so eine Insignie... Ah! Fünf Katzen-Insignien-Stücke. Haben wir hier freigeschaltet. Haben schön hier am Start und haben einen neuen Leuchtturm. Na, die spielen hier anscheinend echt eine große Rolle, die Leuchttürme. Wir haben sogar einen Tanooki. Ach komm, wir rüsten ihn mal aus. Ich will mal sehen, wie er ihn nicht in den Tanooki gerüstet. Nice. So, Tanooki ist mit einer am besten Einzelne, ohne Spaß. Ich würde doch irgendwie gerne an diese Insignie da rankommen. Aber ich glaube, da kommen wir nicht ran, ne? Weil hier ist alles schwarz. Da kriegen doch bestimmt Schaden da, oder? Yo, Alter, komm, wir kommen da raus. Naja, also da können wir jetzt erstmal nicht hin. Hier sind weitere Katzen-Babys. Ich weiß, wie man rennt, Bro. Das habe ich schon längst rausgefunden. Nämlich kann man da hoch. Und wir können hier hochklären. Guck mal, hier schön mit den Foten abgebildet. Nice. Ey, ich fühle mich voll heimisch hier. Aber auch ein bisschen überfordert, weil das hier... Das ist mal was ganz anderes. Die Welt ist groß. Und ich fühle mich hier ein bisschen überfordert, weil es so viel zu entdecken gibt hier. Ist ja echt unfassbar. Okay, das haben wir auch kaputt gemacht. Kriegen wir hier vielleicht irgendwas schönes? Nö, hier ist gar nichts. Ey, ich bereue es nicht, mir das Spiel gekauft zu haben, Leute. Wenn wir das weiter im Stream oder im Videoform oder whatever spielen sollen, dann sprengt aber mal wirklich den Like-Button hier. Das will ich mal sehen hier. Ich habe auch schon eine Abstimmung gemacht, tatsächlich auf... Den bleiben wir einfach mal. Hier stehen wir heute mal ein bisschen, bis wir da rankommen können. Oh, bei... Nein! Digga, das habe ich auch verkackt. Ich habe eine Abstimmung Community Club gemacht, von wegen, ob ihr Bock habt, überhaupt auf dieses Video, was ich jetzt hier gerade mache. Und es hat echt viele abgeschüttet, dass ihr da Bock drauf habt. Habt mich echt gewundert, weil das Spiel ja auch schon echt... äh, 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 alt ist, sag ich mal. Und entsprechend hat es mich, äh, gewundert, dass ihr da Bock drauf hattet, ja. Habt mich aber gleichzeitig auch gefreut, dass ihr da am Start seid. Ähm. So, dann ziehen wir das Spiel durch. Nice, eine Sektion. Weil das natürlich jetzt hier für mich ein komplett neues Erlebnis ist. Und ich das auf dem Kanal auch noch nie gebracht hatte. Ah, komm, machen wir es mal hier so. Ja, die sind... Oh mein Gott, die sind schon gar nicht mal so... So leicht. Nein, ich bin runtergefallen. Deine Karte, oder bin ich an der Stelle wieder zurück? Ah, nice, guck mal. Jetzt sind wir hier an ein Gebiet gekommen mit einem weiteren, äh, ja, Artefakt oder wie auch immer man es nennen möchte. Dass ich dann, oder Splitter, wie man es, glaube ich, aus Mario Galaxy kennt, ne, was sich dann, äh, entsprechend auch in eine Insignie verwandelt. Und jetzt laufen wir hier nochmal schnell durch. Machen wir nochmal fullspeed hier. Hier habe ich auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass Mario zu schnell ist. Das ist nicht mehr einen anderen Weg. Irgendwie, ich kann das mit diesen, mit diesen Wandplattformen irgendwie gar nicht mal so gut. Hält man gerade drauf, so, wir haben noch mal neue Katze. Ich hab, wir haben fünf Katzen einfach. Und weg mit dir. Du bist nerviger. Und wir haben, oh mein Gott, wir müssen zum Ganzen. Einen Katzen siegen dir, lass den Leuchtturm strahlen. Geil, also irgendwie kommen wir hier vorhin. Alter, wenn man 100 Münzen einsammelt, kriegt man einfach ein neues Power-Up. Das ist ja heftig. Man kann von jedem fünf Stück maximal einsammeln, wurde mir gerade gesagt. Boomerang, Bro! Nice, jetzt sind wir mal ein Boomerang am Start. Wir haben übrigens schon vier Katzen in Siegen und wir brauchen fünf. Oh nein, die Scho-Bauser macht wieder seine Phase. Nein, da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Der macht hier ein bisschen viel Stress, Alter. Und wir haben da auf jeden Fall noch unsere große Katzen-Insignie da, wo ich aber jetzt nicht rankomme, weil alles schwarz ist. Deswegen müssen wir, glaube ich, da hoch irgendwie kommen. Mal schauen, ob hier... Oh mein Gott, hier vibratet es richtig stark. Oder ist es Bowser? Ja, es war nicht Bowser, es war hier eine Katze. Nein, Bowser, mach doch keinen Stress jetzt, Digga. Das fackt mich doch massiv ab, ey. Ey, das ist echt nervig. So, ich glaube, hier war ich schon... Boim, boim, Insel, lass mir Leuchtung strahlen. Ui, kann ich hier schön springen, oder was? Boah, jetzt geht es hier aber ab, Alter. Schön. Wir machen hier unsere Mission weiter, als ob einfach nichts wäre, Digga. Das feiere ich so hart. Das feiere ich so hart. Wir machen es weiter, als ob nichts wäre. Geil, die gehen, da kennt man auf den Bauch aus Mario 3D World. So, nochmal 1 von 5 haben wir. Mein Gott, Bowser Jr. hat mir parallel irgend so ein Item gegönnt. Ey, wir sind ja krass im Spiel unterwegs, Junge. Komm, wir sind ja die absoluten Pros, würde ich nochmal sagen. Noch ein Boomerang-Item. Sehr, sehr nice. Jetzt gehen wir mal, versuchen wir mal hier hochzukommen. Schaffen wir das mal hier aus? Nee, ich hoffe nicht. Dann müssen wir hier... Ja, nice, wir haben es geschafft. So. Spring, 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 spring. Haben wir da irgendwas? Ja, wir haben hier ja noch irgendwas. Gut, dass ich noch da geguckt habe. Aber wir müssen schnell bewegen. Oh mein Gott, Bowser, macht hier ein bisschen faxen. Boah, es geht ja übel ab hier, Digga. Ui, au. Oh mein Gott, der hat uns getroffen sogar. Der Bro hat uns getroffen. Oh mein Gott, das geht ja richtig zur Sache hier. Dass die Switch das packt, es geht so viel auf dem Bildschirm ab. Ich glaube, die Frame-Rate könnte auch ein bisschen verkacken gerade. Sogar Katzen-Boomerang-Bros, ich glaub's nicht. Guck mal, mit Öhrchen, Digga, mit Schwänzchen. Das hätte sich mir gar nicht vorstellen können. Nein! Okay, jetzt ist zum Glück die Phase von Meier. Oh, Leute. Das ist hier ein ständiges Auf und Ab. Es ist unfassbar. Ich nehme mal gerne die Katzen-Glocke, um jetzt hier hochzukommen. Gibt uns sogar Bowser Junior höflicherweise. Finde ich, finde ich hier sehr, sehr angenehm. Ah ja, hier. Ich wusste doch, dass hier... Was? Ah, hier, mit dem Erste kann man irgendwas... Ah, haha. Was kann ich denn da machen? Irgendwas geht... Ah, das kann... Da kann Bowser Junior malen. Oh. Schön, das konnte der auch noch. Und schnell zurück. Kriegen wir hier ein Boomerang. Ah, wir haben einfach... Wir haben ein Boomerang gemalt. Und wir haben somit ein Boomerang-Item bekommen. Flex. Mal hier irgendwas schönes bei uns, Junior. Und wir kriegen... Oh mein Gott. Wir kriegen ein krasses Item. Das ist nämlich die Katzen-Glocke, die... Genau, wo man sich zu Gold machen kann. Und wo man unfassbar viele Münzen kriegen kann. Oh mein Gott, das ist ein bisschen hoch, ne? Äh, wir sehen uns gleich an der Stelle wieder, wo ich vorhin war. So, mein Lieben, Freunde. Hier geht es nämlich weiter. Dann müssen wir wieder unseren Boing-Boing-Action machen. Was safe ist irgend so ein Splitter auf dieser Insel hier? Oder? Auch nicht. Man weiß es gar nicht. Oh mein Gott, ich muss nicht gingen können. Wir haben auch alle Katzen-Örchen. Das sieht so falsch aus, ey. Holy Man. Ich habe hier viel lieber die Katzen-Glocke. Weil hier geht es ultra ab, Diggy. Also ein Boomerang-Item muss jetzt hier nicht unbedingt sein. Dann haben wir hier mal einen schönen Jump. Dann haben wir hier auch mal einen schönen Jump. Und dann sind wir hier bei ultra vielen Kisten, Alter. Vielleicht versteckt sich ja hier irgendwas. Klar sehe ich doch schon so einen Splitter. Oh mein Gott, was für ein süßes Katzen-Baby. Schau dir das mal an. Die machen uns sogar so ein bisschen Muschel-Einheiten. Das ist ja unfassbar niedlich, ey. Holy Man. Okay, hier muss ich glaube ich einfach mal runterspringen. Und wir fehlen uns aber noch zwei. Ich würde ungern dann nochmal den gesamten Weg gehen müssen. Oh mein Gott, wir kriegen hier einfach nur den Signen. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, man kriegt irgendwie zwei. Also eine normale, eine große. Und wenn man die Splitter einsammelt, dann nochmal eine. Ah, und damit können wir das ganze Schwarze, was da war, können wir einfach wegmachen. Und wir haben fünf Katzen-Signen gesammelt. Wenn wir gleich wieder die Bowser-Phase haben, dann passiert da auf jeden Fall irgendwas krasses. Wie kommen wir da eigentlich hoch? Wir sollten mal die Glashörer benutzen. Und wir haben jetzt hier auch direkt eine neue Insignie bekommen. Ich glaube, Bowser kommt gleich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Bowser gleich kommt. So, da können wir nämlich eigentlich von hier einen gewagten Sprung wagen. Leute, schaffen wir das? Let's go! Nein! Oder schaffen wir es, die Plattform hier irgendwie hochzumachen? Ah, da! Da, 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 da. Boah, ich dachte schon, ich muss den ganzen Weg nochmal neu laufen. Das war ursprünglich hier so gedacht. Natürlich auch ein Zeitlimit. Boah, wir haben uns aber schlecht angestellt. Schnell! Und eine neue Insignie, Nummer 6, Alter. Junge, wir sind richtig krass im Spiel. Das erinnert mich auf jeden Fall an die Monde von Mario Odyssey. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice gewesen. Hier war vorne eine Vibration. Ist aber jetzt irgendwie weg. Und jetzt möchte ich doch die letzten ein oder zwei Splitter einsammeln. Okay, ein neues Fragezeichenbild. Was malt baute du hier? Wir haben eine Goldröhre! Oh mein Gott, und jetzt sollte die Gigaglocke erwachen. Alter! Geil! Wir haben einen nice Bonusraum hier mit schön viel Cash. Schön viel Cash in der Tasche. Alter! Ach stimmt, wir kriegen ja neue Items. Und stimmt, der Move ging ja auch noch. Nice, Diggy. Und jetzt sollte was krasses passieren. Oh, da haben wir gerade die Bowser-Phase geskippt dadurch, dass wir in die Röhre gegangen sind. Das hätte natürlich... Das könnte natürlich auch sein. Holy man! Okay, hier haben wir jetzt irgendeine Mission freigeschaltet, wenn wir jetzt hier eine Stammattacke machen. Das ist safe eine Insignie. Oh mein Gott, das ist einfach eine neue. Oder waren wir das schon mal? Bin mir gar nicht sicher. Ja, wie komme ich denn jetzt... Oh mein Gott, das ist eine Zeit-Challenge. Ich bräuchte am besten Toddy dafür. Toddy, brauche ich dafür. Den Speedrun-Experten. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Wir sind gut, wir sind gut, wir sind gut. Wir schaffen das, wir schaffen das. Nice, Alter. Noch eine neue Katzensignie. Oh, zwei waren hier am Start. Ich wusste von hier haben wir vorhin noch eine Insignie bekommen. Und damit haben... Ah, jetzt haben wir den Leuchtturm freigeschaltet. Okay, vielleicht waren wir doch vorne nicht hier. Vielleicht habe ich auch einfach Orientierungsprobleme. Das kann auch sein. Safe dahinter ist irgendwas? Nein, da ist nichts. So, dann gehen wir jetzt mal die Röhre hoch. Und da passiert irgendwas krasses, Alter. Jetzt noch mal den Leuchtturm. Der sollte doch noch mehr von diesen schwarzen Ekel-Dingern wegmachen. Oh, jetzt ziehe ich hier ein neues... Neues Frage... Ich nenne jetzt einfach mal Fragement oder Splitter. Oder hier von mir sind nicht, ne? Genau, das war nämlich jetzt Nummer 4. Und uns fehlt Nummer 5. Also die Frage, wo ist Nummer 5? Da begeben wir uns jetzt auf die Suche. Und ich muss irgendwie schaffen, da hoch zu klettern. Okay, da sehen wir schon Nummer 5. Oh mein Gott, ich muss mich jetzt hier ein bisschen zusammenreißen. Bei den ganzen Kätzchen hier waren wir natürlich vorhin. Haben es aber nicht eingesammelt. Und jetzt haben wir es am Start. Und haben noch eine Katze. Alter, Nummer 3. Holy shit schon. Jetzt haben wir glaube ich insgesamt 7 oder 8 schon. Wir sind ja crazy unterwegs hier im Spiel, Junge. Wir sind die absoluten Pros in Super Mario 3D plus Bowser's Fury. Beziehungsweise besser gesagt, in Bowser's Fury sind wir die absoluten Pros. Ja, und jetzt könnte eigentlich langsam mal die Giga-Glocke kommen. Die ist auch fast schon weg vom schwarzen, vom pechschwarzen, was auch immer das ist, Diggi. Guck mal, da ist auch noch alles pechschwarz. Bestimmt gibt es dann irgendwie da noch viele weitere Insignien. Ah, oder wir haben jetzt erst die zweite Mission freigeschaltet. Oh mein Gott, wir haben Schatten. Luigi oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der wird uns folgen, oder? Oder wir müssen ihn empfangen. Der stellt sich aber an. Ey, ich hab Bock irgendwie... Ja, komm, nehmen wir mal die goldene Katzenglocke. Eigentlich sind die ja bronzenfarben. Eigentlich sind die ja bronzenfarben. Ich interesse gerade, ob hier oben was ist. Nö, hätte ja sein können. So, was ist mit Schattenluigi los? Was macht der denn hier? Wir müssen ihn empfangen. Der ist ja lame, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, dann kriegen wir auch eine Insigne, wenn wir den catchen. Ja, du bist ja echt... Digga, als Katze erwisch ich dich easy, Digga. So, jetzt hast du auch schon fast dein ganzes Leben weg, Digga. Oh mein Gott, ich muss parallel die Kamera drehen. Ist gar nicht mal so leicht. Und... Ja, Mann, haben wir geschafft, Alter. Das ist ja richtig läppsch. Richtig läppsch Charakter. Und ich wusste, dass es hier die Wutschatten am Strang, dass es hier die zweite Insigne ist von dem Turm. Ist jetzt das alles... Alles schwarze weg? Und ich sehe da einfach neue, neue Fragmente, Alter. Habt ihr das gerade eben gesehen? Da müssen wir uns aber mal hochbegeben. Oh mein Gott, Leute. Bowser ist am Start. Er kommt jetzt langsam. Bin ich mal gespannt, was dann passiert. Nein, Katze. Ich will dich nicht... Nein, ich will dich nicht runterstürzen lassen. Ich bringe dich in Sicherheit. Wo müssen... Ich weiß vor allem nicht, wo die hin müssen. Das sind bestimmt auch alles Missionen. Hab ich aber einfach keinen Plan, wo die ganzen Katzen hin müssen. Und holen wir jetzt jetzt mal sehr viele Münzen. Let's go. Nice. Einmal fett runter. Strand-Gigaglocke. Also jetzt müsste die... Ja, genau. Jetzt müsste die ja eigentlich aktiviert werden. Nice. Oh mein Gott. Die Giga-Bell, Digga. Wenn wir zu Riesen-Mario und können Bowser... Den Bowser ankommen. Safe, oder? Ich meine, davon hätte... Davon habe ich schon ein bisschen was gesehen. Tatsächlich. Das ist nämlich das Item, um zu gigantischem Mario zu werben. Und der sieht heftig aus. Holy shit. Können wir uns hier schon Battle machen und der ist dann komplett weg? Oder geht es denn hier noch weiter mit Bowser's Fury? Also stell dir vor, Bowser's Fury wäre einfach hier noch vorbei, Digga. Das wäre richtig, richtig läppsch. Oh mein Gott, der kann mehr einstecken. Oh man. Wir sind keine Katze mehr. Wir sind gigantisch, Alter. Wir sind sogar größer als nach einem... Nach einem Riesenpilz. Nach einem Mega-Maschloon. Oh mein Gott. Oh, wir müssen auf sein Ding springen. Bam. Stammattacke. Digga hat schon Hälfte seines Lebensweg. Ist er läppsch, oder ist er läppsch? Das ist ja wirklich, wirklich nix. Bowser. Genau. Wir dürfen natürlich jetzt hier nicht verrecken. Natürlich auch ein Nachteil jetzt, dass wir leider unsere Katzenrocke nicht mehr haben. Ey, Bowser ist ja echt voll am Eskalieren. Aber so krass wie er ist, der ist eigentlich... Oh mein Gott. Okay, ich nehme, glaube ich, alles zurück. Ich muss irgendwie Items kriegen. Ich kann auch keine Items einsetzen. Ey, Bowser. Können Sie mich bitte in Ruhe lassen? Nein, ich bin einfach gestorben. Es sei mal echt betont, dass Mario in dieser Katzen-Löwen-Gestalt oder wie schon mal man es sagen möchte. Boah, da wird man doch zwangsweise getroffen. Ah, nee, man kann schon höher springen. Dass der echt nice aussieht, Digi. Also ohne Spaß. Da sieht er echt nice. Ich kann sogar so lange Sprünge machen, Alter. Weg mit dir. Und spring genau. Easy. So, ich muss einfach immer im richtigen Moment springen. Okay, der hat fast nur noch die Hälfte seines Lebens. Digga, aber Bowser sieht auch echt heftig aus in der Gestalt. Das muss man fairerweise sagen. Ah, wir können hier auch unsere Rollen machen. Nur halt alles ein bisschen nicht so hoch. Weil wir halt natürlich ein extremes Gewicht mit uns tragen. So, Bowser. Jetzt springen wir hier natürlich mal in der richtigen Stelle. Und haben es geschafft. Und jetzt springen bitte nochmal. Oh, bist du schon müde oder was? Bist du schon müde? Jetzt kommen wir hier auch, Bruder. Schön, spring. Runterbessen. Ja, Mann. Boah, das hat ihm aber weh getan, Digga. In seinem Bäuchlein, Digi. Okay, noch den letzten Stammattacken und dann ist er weg eigentlich, ne? Oh mein Gott, ich sehe da jetzt erst eine weitere Katzenglocke hier. Die sieht ja aber klein aus jetzt. Wir kriegen ja auch eine neue Katzenglocke. Was können wir damit eigentlich? Nein. Nein, 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 nein. Triff mich nicht. Triff mich nicht. Nee, das sieht ja crazy aus, Alter. Das sieht maximal crazy aus. Holy shit. Das hat man noch in keinem Mario-Spiel so gesehen. Nein, das ist einfach falsch. Du sollst keinen Stammattacken machen. Aber gut, wir haben den. Wir haben den. Wir haben den besiegt. Ist jetzt Bowser's Fury vorbei? Ich glaube. Oh, wir haben jetzt neue Welten freigeschaltet. Das ist eine Eiswelt hier. Alter, okay, das ist krass, dass man das jetzt hier nach einer Zeit freischaltet. Und wir haben Plessy am Start. Plessy, der Ehrenbruder. Oder die, was auch immer. Oh mein Gott. Guck mal, die Katze spielt einfach mit so einem Baseball. Boah, Bowser Junior, Alter. Hat einfach fett die Katze geschlagen. Ja, Leute. Das sollte es für ein Video gewesen sein. Ich hoffe, es uns erwartet hier noch richtig, richtig viel. Plessy wartet hier schon auf uns. Das war mein erster Eindruck zu Super Mario, D-Void und Bowser's Fury. Beziehungsweise zu Bowser's Fury. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihn doch noch oben da. Abonniert den Kanal, abgibt die Glocke, um nichts mehr davon zu verpassen. Kommentiert eure Meinung zu dem Video. Und liked alle mal schön, damit hier eine weitere Folge kommen. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und auf Wiedersehen. Danke an die Member. Und klick auf dieses Baba-Video hier. Du wirst es nicht bereuen. Bis zum nächsten Mal.